40 Tage, 40 Videos, immer um 14 Uhr, das ist mein 40.000 Abonnenten Special an euch da draußen und heute kommt das Sofortbessermotorradfahren Nr. 4, das und mehr nach dem Intro. Heute Sofortbessermotorradfahren Ausgabe Nr. 4 mit 4 wertvollen Tipps wie ihr sofort besser Motorrad fahren könnt und ich mache das heute auf der Suzuki GSX-S1000. Und ich hätte gesagt, wir starten einfach gleich mit dem allerersten Tipp oder dem allerersten Möglichkeit, was man anders machen kann beim Motorradfahren. Na, das ist die hier, Arns. Lass uns mal leicht einsteigen und dafür nehmen wir die Fußposition her. Denn habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie ihr euren Fuß auf der Fußraste platzieren müsst, damit ihr besser, schneller und effizienter seid? Dann passt auf, es gibt nämlich zwei Varianten, die nicht so geil sind. Das ist einmal die Tourenfahrerversion und einmal die geschlamperte oder Bequemlichkeitsposition, würde ich dazu sagen. Das ist einmal, wenn ich so stehe und einmal, wenn ich komplett nach vorne unterm Bremshebel bin oder allgemein permanent den Fuß da habe, wo er nicht sein sollte und Streifen tut auf der Straße. Deswegen kann ich euch nur zwei Fußpositionen wärmstens empfehlen. Das eine ist, ihr steht auf den Fußballen, permanent immer zurückgehen von der Bremse und vom Kupplungshebel, geht auf die Fußballen und steht so auf eurem Motorrad. So unterstützt ihr den gesamten Körper stabiler zu halten mit dem Knieschluss in der Kurve und auch auf der Geraden. Wenn ihr etwas sportlicher und noch aggressiver am Motorrad sitzen wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit den Zehenspitzen machen. Hier ist aber die Gefahr, dass ihr abrutschen könnt, zum Beispiel wenn ihr so Gumminoppen auf der Fußraste habt, die ein bisschen nass sind oder so. Dann rutscht man sehr schnell ab und das ist auch nicht gut. Mit diesen zwei Fußpositionen ist die optimale Bewegungsfreiheit auf dem Motorrad garantiert und aber auch nicht die Gefahr, dass euch den Fuß runterreißt, weil ihr irgendwo auf der Straße hängen bleibt mit den Zehenspitzen oder irgendeine Unebenheit in den Fuß komplett verdreht. Hat alles schon gegeben. Diese zwei Positionen sind sozusagen die empfehlenswertesten. Mein Tipp Nummer zwei ist Hieroglyphen auf der Straße lesen und da meine ich verschiedene Punkte. Als allererstes kennt ihr alle die ganz normalen Kurvenpfeile, die wir hier auch im Hintergrund überall haben. Das heißt für euch strenge, starke Kurve. Aber was viel besseres Zeichen ist für starke Kurve, ist wenn ein Unterfahrschutz für die Leitplanke verbaut worden ist, der nur für uns gemacht wird, also für uns Motorradfahrer. Denn wenn wir da reinrutschen, reißt uns nicht die Gliedmaßen ab, denn eine ungeschützte Leitplanke kann es passieren, dass du ein Arm, Bein oder auch im schlimmsten Fall den Kopf verlierst. Und wenn ihr das seht, dann bremst lieber runter, weil dann wisst ihr, in der Kurve haben sich mehr Motorradfahrer als üblich verschätzt und da war es auch schon zu schwer an Unfällen gekommen. Denn nur dann werden normalerweise solche Leitplanken unter Schutz angebracht. Doch es wurde auch etwas Neues gemacht. Es gibt mittlerweile Haifischszene, Linien und Kreisel auf der Straße. Und wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, dann passt jetzt genau auf. Denn wir sind hier auf der kalten Kuchel, wo spezielle Linien angebracht wurden, damit wir alle gemeinsam besser und sicherer durch die Kurve kommen. Denn ganz ehrlich, wenn du kalte Kuchel rauf und runter heizt, das ist in Österreich eine ganz berühmte Motorradstrecke mit lauter Motorrädern, dann passiert das ganz schnell, dass Motorradfahrer auf deiner Spur dir entgegenkommt. Und das ist alarmierend. Und diese Stricherl und Kreisel und Haifischzähnchen sind eine super Möglichkeit, um deine Kurvenskills zu verbessern, um einfach zu checken, okay, fahre ich im weißen Bereich oder fahre ich nicht im weißen Bereich? Wenn ich reinziehe in die Kurve, soll ich mit dem Vorderrad natürlich nicht auf dem weißen Bereich sein, sondern maximal mit dem Oberkörper. Und das ist auch schon eher die Ausnahme. Noch weiter Außenlinie wählen, am besten mit dem Kopf am Anfang der weißen Linie sein. Denn meistens, wenn man Kurven fährt, merkt man das erst, wenn dich wirklich wer mit der Kamera filmt und du dir das im Nachhinein anschaust und merkst, boah, ich war ja mit meinem Oberkörper schon im Gegenverkehr. Und das ist halt alarmierend, denn wenn das passiert, dann bist du sowas von kaputt. Aber auch wenn du zu nah mit dem Kopf beim Gegenverkehr bist, schreckst du dich. Generell gilt ja, man soll mindestens einen Meter Abstand zwischen dem Gegenverkehr und dir haben, weil sonst hat man automatisch eine Schrecksituation in der Kurve. Ah ja, wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, für 40 Tage gibt es einen Tomtohody zu kaufen, danach gibt es den nie wieder zu kaufen. Wenn ihr wollt, Link dazu ist selbstverständlich in der Beschreibung. Und ich hätte gesagt, wir springen zum nächsten Thema, zum Rev-Matching. Rev-Matching heißt auch in Deutsch Zwischengas. Warum machen wir Rev-Matching bzw. Zwischengas geben? Das ist dafür da, dass wir nicht, wenn wir runterschalten, nicht stempeln mit dem Hinterrad. Das heißt, dass euch das Hinterrad blockiert und euch fangt, wenn ihr zu schnell die Kupplung nach vorne fliegen lässt. Aber auch machen wir das einfach, um schneller zu sein. Und der nächste Grund, warum wir das machen, ist, um cooler zu sein. Denn Rev-Matching hört sich wirklich, wirklich geil an. Bei der GSX-S1000 macht es besonders Sinn, Rev-Matching oder Zwischengas zu machen, da sie keinen Quick-Shifter und keinen Blibber hat. Und dadurch, dass einfach Sinn macht und der Sound, wenn man das macht, es klingt verdammt nice. Ich selbst muss sagen, habe Rev-Matching erst vor knapp eineinhalb Monaten überhaupt kennengelernt, dass das gibt, weil ich immer so hochgezüchtete Motorräder gefahren bin und so tolle neue Motorräder, wo man das eigentlich gar nicht mehr so wirklich braucht. So, wir machen das Ganze jetzt im Trocknen und ich zeige euch das, aber dafür springen wir am besten ans Motorrad. So, das Rev-Matching erkläre ich euch am Motorrad, da fällt es mir leichter. Rev-Matching, muss man ganz klar sagen, ist nur zum Runterschalten und Schalten ohne Kupplung ist nur zum Raufschalten. Das ist der nächste Tipp, aber jetzt erstmal Rev-Matching. Hier geht es darum, dass wir schneller und smoother sind. Also, zuerst machen wir den Move auf den Schalthebel, dann machen wir gleichzeitig Kurzkupplung ziehen und kurz einen Gasstoß geben, wenn wir die Kupplung auslassen. Das heißt, Kupplung ziehen und Gasstoß beim Auslassen. Einfach dieser Move ist es. Und so lange dauert es dann wirklich, einfach runterzuschalten. Zack, rein in die Kurve mit der Hinterradbremse, ordentlich rein und Vollgas wieder ausziehen und da sind wir die schnellsten und die höhrenden auf der Straße. Was auch geht beim Rev-Matching, was super geil ist, wenn du zu einer Kehre oder zu einer engen Kurve kommst, die du sehr spät einsiehst, Rev-Match nach unten, bremst aber gleichzeitig mit dem Hinterrad in die Kurve rein, arbeitet grandios bei dieser Gixxer und bei jedem anderen Motorrad auch. Nächster Punkt ist Schalten ohne Kupplung. Da muss ich sagen, ich mache es eigentlich nur sehr selten oder wenn ich nur unter Druck fahre, also wirklich schnell fahren möchte. Sonst nehme ich ganz normal die Kupplung zum Schalten. Aber ich erkläre es euch jetzt mal, wie das funktioniert. Schalten ohne Kupplung machen wir nur aus einem Grund, um schneller zu sein. Und deswegen sage ich auch, ich mache das wirklich nur, wenn ich unter Druck fahre, also wenn ich wirklich schnell fahren möchte oder besonders sportlich sein möchte. Sonst nehme ich immer die Kupplung. Funktioniert ganz einfach. Als allererstes gibst du Druck auf den Schalthebel und dann gehst du kurz vom Gas und gibst dem Schalthebel, während du vom Gas bist, einen Ruck nach oben, springt automatisch der neue Gang rein und dann kannst du sofort wieder ans Gas gehen und brauchst eben keine Kupplung zum Schalten. Ich reduziere sozusagen die Zeit zum Schalten, weil ich nicht mehr kuppeln muss und weil ich einfach nach oben schalten kann, schneller dadurch. Stell euch vor, wir fahren jetzt 100 kmh und wir merken so, der dritte Kampfgang reicht nicht mehr aus. Wir brauchen mehr Leistung. Also gehe ich mit dem Fuß runter, bleib permanent auf dem Gas, tue leichten Druckerhöhen auf den Ganghebel, gehe dann vom Gas weg und drücke einfach nach oben und bin sofort wieder am Gas und dann ziehe ich davon. So, wenn euch einer dieser Tipps helfen konnte, dann schickt dieses Video doch mal euren Kumpels oder in eine WhatsApp-Gruppe hinein. Das würde mir enorm helfen und ich kann nur noch eins sagen, morgen um 14 Uhr kommt das nächste Video. Haut rein und fiert euch!